Hanna BTN schreibt bei Minute 1,23 sieht man Moritz Hintern. Diese Stelle werde ich mir jetzt ganz kurz nochmal anschauen. Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily-Blog. Flash, willkommen zu einem weiteren Blog mit Flash. Ja, Flash, die ist so heiß, ne? Die ist so heiß. Das ist so unglaublich heiß, was witzig ist, aber. Alle Räume sind relativ okay heiß, aber. Wenn man in diesen Raum hier reingeht, dann stirbt man völlig. Also, in der Sekunde, wo ich das betrete, sterbe ich. Also, ich kann das mal kurz zeigen, wie es aussieht. Ja, so ungefähr sieht das aus. Boah, das ist wirklich fucking heiß hier drin, Alter. Ich glaube, dieser Raum ist wirklich der heißeste ever, deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal eine Klimaanlage dafür geholt, aber. Boah, Junge, ich bin sehr froh. Leute, heute geht es um mein 5.000 Euro Setup. Leute, wir machen heute ein bisschen Audio-Setup, und zwar für das Büro. Eigentlich bräuchte man hier eigentlich nur eine Klimaanlage, aber vorher haben wir jetzt erstmal ein paar Lautsprecher geholt. Und diese Lautsprecher sollen so geil sein, Alter. Ich bin so richtiger der Audio-Fan. Deswegen habe ich mir jetzt hier eine Box bestellt, wo geile Lautsprecher drin sein sollen, um ich zu sagen. Wir schauen mal, was drin ist. Mit einem Akkuschrauber. Jetzt ist so diese ganze Box aufgeschnitten. Die ganze Lautsprecher aufgeschnitten. Ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt noch ein Messer benutzt. Ist doch viel geiler. Ne, Flash? Wie wird bei deinem Hund los? Perfekt. Perfekt. Leute, hier drin ist wirklich eine richtig geile Box. Eine Box, voll die Metapher, weil der Paket und so. Und sehr viel Scheiße. Vielleicht hat Flash ja darauf Bock. Flash, guck mal. Oh, ja, was ist das? Ja, ja. So, da Flash wieder das Spielzeug. Ich liebe es, mein Hund zu verarschen. So, hoffentlich sind diese Dinger richtig geil. Diese Boxen, die waren sehr teuer. Und ich hoffe, die sind jetzt wirklich gut. Und du willst ja jetzt auch hier cutten in diesem Raum. Das heißt, für dich muss es ja auch geil sein. Warum dreht mich jetzt? Warum, äh? Für dich muss es ja auch geil sein. Eine hoffentlich gute Investition gewesen. Digga, der ist so heiß. Ich sterbe gleich. Ja, bitte mach schnell. Oh mein Gott, Alter. Abwohl, ne, vielleicht muss ich dich zurückschicken. Digga, wie hat dieser Postbote das hier hingetragen? Ohne zu sterben. Die Boxen sind da, die sehen auch richtig geil aus, Alter. Ich dachte, das ist wie so ein richtiges Desk-Setup-Mitarbeiter, Alter. Ich werde ein richtiger DJ jetzt, Alter. Okay, jetzt läuft noch gar keine Musik. Aber egal, das testen wir jetzt mal. Okay, mal schauen, ob das funktioniert hier. Achtung. Oh, es hat schon mal geknackt. Wir brauchen kurz ein Replay von Knacker. Wow, okay, let's go. Der Beat geht voll ab, ja! Okay, wir testen mal und schauen, ob wir dann rausfinden, warum es nicht klappt. Nein, lol. Lol, 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 lol. Alles geht kaputt. Das ist die Family-Ding dafür? Das ist die Family-Ding dafür. Alles ob. Okay, wir haben es, glaube ich, jetzt geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt von dem wunderschönen Typen, der meine dicke Klippen hochgeladen hat, auf Spotify. Der kleine Wichser, Alter, du bist immer noch verklagt. Machen wir jetzt mal mein Lied an. Boah, ich dachte, wir sollten die Fenster zumachen, aber auch. Das ist gar nicht gut. Das haben wir vorgegangen, ist ja egal. Die Nachbarn werden uns auf jeden Fall richtig lieben, glaube ich. Die werden mir gleich erstmal Briefe schicken, wie toll die mich finden. Ah, Leute, es ist schon mega spät, aber, Alter, ich hab den ganzen Tag jetzt Musik gehört mit diesen Boxen, das ist so geil, Alter. Dass hier die beiden Boxen schon haben und da unten so ein riesen Subwoofer, Junge, das ist auf jeden Fall heftig. Ich glaube, die Nachbarn werden mich im Verlieben, ich mach mal ganz kurz den Ton an. Ja gut. Leute, ich tue euch mal auf den Subwoofer und dann gucken wir mal, wie heftig die Kamera wackelt. So, seid ihr bereit zu wackeln, Alter? Hoffentlich wackelt das jetzt, nachher wackelt das überhaupt nicht und das ist so voll lächerlich. Das kann ich niemals so laut abspielen, Digga. Okay, Leute, seid ihr ready? 3, 2, 1. Oh, ne. Okay, gleich kommt der Beat. Okay, stopp, Alter. Wuhu. Jungs, dieses Ding ist krank, Alter. Hör dich an. Okay, das Ding ist auf jeden Fall vom Teufel gemacht worden, Alter. Okay, Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich habe absolut keine Ahnung, wie weit wir mit diesem Video hier sind. Dieses Video geht eigentlich nur darum, wie ich meine richtig geilen Boxen hier ausprobier, Alter. Junge, ich bin hyped. Tschüss. Deswegen, wie ich sagen, legen wir mal ein paar Kommentare vom gestrigen wunderschönen Video vor. Kommentar Nummer der O. Indra Schwartgern. Ich hab einen eigenen Roller. Toll Wer ist da wieder draußen so laut? Wer ist da wieder draußen so laut? Mach vorher so laut Musik, dass mir ne scheiß Kamera wackelt Natürlich Maxi schreibt Hunde dürfen nichts eiskaltes trinken Okay Maxi, dann werde ich jetzt Flash im Hochsommer Einfach mal so ein richtig Schön heißes Getränk auftischen, Alter Ich glaube, das findet er dann noch viel besser Moritz, sind wir von der Polizei gesucht Aufmachen Polizei Wir haben eine Gerichtsvorladung für Sie Bitte machen Sie es wieder auf Wir kommen jetzt rein Jetzt machen Sie es wieder auf Peter Pan schreibt, uns sind die Roller schnell Naja, die Roller waren so halb schnell Die fahren nur 20 kmh Also es ist schon, naja, es geht Hanna BTN schreibt, bei Minute 1,23 sieht man Moritz Hintern Diese Stelle werde ich mir das ganz kurz nochmal anschauen Ihr müsst auch einblenden, Sebastian So, schauen wir mal, ob man hier meinen Hintern sieht Bei 1,25 Ich muss meinen Nacken stecken, Spaß Bisschen den Ass rein Ja, okay Jetzt schreibt Mach doch mal bitte eine Challenge 24 Stunden nicht in die Haare fassen Mach doch mal bitte eine Challenge 24 Stunden nicht in die Haare fassen Jetzt mach doch einfach eine Challenge 24 Stunden keine Scheiß-Kommentare schreiben Mailin schreibt Ich rieche weitere gesperrte Apps für den Scooter Nach dem Video wurde ich halt auch wirklich von Leim gesperrt Also Leute, irgendjemand hat da meine Scheiß-Kennzeichen gemeldet Ich bin mir doch nicht so ganz sicher Aber ich kann das echt sein, was irgendwo in Deutschland 46 Grad Deutschland Aha, bis 46 Grad Europa erwartet Rekord jetzt tatsächlich Aber gar nicht in Deutschland irgendwo anders Lara, willst du mich damit doch verarschen Oh, Scheß Elena Bilski schreibt Applaus für Hey Moritz Oh, ich bin ja der Einzige Ja, meine Freunde, das war's auch immer mit den wunderschönen Kommentaren Ich hoffe, die Kommentare haben euch gefallen Falls ihr öfter mal Kommentare nach dem Video sehen wollt Dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache Habe ich auch gar nicht von Jona geklaut oder so Jona, du W*** Wo bist du eigentlich, Alter? Da kommen wir wieder nach Köln Affe, Alter Okay, das war's am heutigen Blog Ich hab euch gefallen, lasst ein Abo da Dann lasst ein Like da Dann lasst ein Abo da Und ich würde sagen Wir sehen uns morgen wieder Geht auf HeyShop.de Auch die beste Texte in der heutigen Welt Seid einen Blitz, Leute Seid einen Blitz Tret euch der Community bei Seid nicht so uncool Und äh, seid endlich einen Blitz Und ich würde sagen, haut rein Und tschau Okay, tschau 8-6 all the hate I woke in a ball today Got lost in a ball in aes I'm flippin' the bars I'm flippin' the flippin' the flippin' the flippin' the On record, off record I still count wins when they doubt it On record, off record I let em take advantage, I was wildin' On record, off record Dills Tell em talk to Colin for the quote On record, off record I still want the act, not the ghost